Hallo, ich grüsse euch aus der Sonnenstube der Schweiz. Heute werde ich den zweiten Teil von meiner Sommerferienreise. Das mal geht es auf dem Rigi. Dort oben gibt es einen Aussichtspunkt. Von dort habe ich gefilmt und Fotos gemacht. Danach habe ich noch ein paar, ein kleiner Film gemacht vom Motor, vom Dampfradschiff, wo wir von Wetznau nach Huzern gefahren sind. Aber nur den Motor gefilmt. Danach noch ein paar Fotos von der Kappelbrücke in Huzern. Das alles, wie immer, nach dem Intro. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020